Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Ich zeige heute den weiteren Diabolo Trick und ihr müsst dazu natürlich das normale Diabolo spielen können, wenn ihr das noch nicht könnt, werde ich es euch rechts oben verlinken und ihr müsst natürlich die Schleife auch noch können, wenn ihr das auch noch nicht könnt, werde ich euch das ganze Video links oben verlinken. So, wenn man den Trick kann, dann sieht es so aus. Wie ihr schon gesehen habt, das Diabolo wandert in der Schnur nach oben, deswegen nennt sich der ganze Trick Aufzug oder auch Bergsteiger. Wie funktioniert also der ganze Trick? Ihr braucht natürlich einmal sehr viel Speed, also das Diabolo muss sich sehr schnell drehen. Und wenn sich das Diabolo dann sehr schnell dreht, dann dürft ihr erstmal keine Schleife reinmachen. Und dann haltet ihr, als Rechtshänder will ich euch empfehlen, den rechten Arm weiter unten zu halten und das links oder den linken. Wenn ihr den rechten Stab dann weiter unten habt, dann macht ihr hier unten einfach eine ganz kleine Schleife rein und zieht dann an dem unteren Stecken an. Somit spannt sich die Schnur und wenn ihr genügend Speed habt, geht das Diabolo durch die Schleife nach oben. Wenn ihr dann das Diabolo oben habt, dann lasst ihr einfach wieder ein bisschen weniger Spannung auf der Schnur und dann geht das Diabolo wieder nach unten und ihr könnt mit der Schleife im Diabolo normal weiterspielen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr noch Anregungen oder Fragen habt, dann einfach in die Kommentare schreiben. Ich würde auf jeden Fall anwarten und wenn ich kann, weiterhelfen. Ich hoffe wir sehen uns am Samstag im 16. wieder. Bis dahin, ciao.